Hallo und herzlich Willkommen zu Baldur's Gate 3. Jo, und da wollen wir mal schauen. Hey, keine Ahnung, was mich hier erwartet. Was mit euch? Haben Sie gesehen, was sie machten? Kiefer in front of a beggar. Es ist wie essen in front of a starving child. Danke, Herr. At least some people in this world know Kindness. Coin-Mate and Gold your Coffers. Ja, gut. Darf ich rein? Darf ich wohl? Das Kontor. Darf ich wohl nicht, Asturian? Was ist denn? Es ist nicht notwendig, aber es ist schön, dass es ein paar Worte gibt. Es gibt ein paar Worte, um die Leben interessant zu halten. Na, dann. Coin-Mate ist nicht in deinem Natur. Was würdest du mit einem Unlimited Fund zu tun? Let's just say blood tastes better from a gold goblet, and... Welcome to the Counting House. I'm Head Clerk Mead, honey. How may the Fellowship of Finance here serve you? You seem a little nervous, Sir Mead, honey. Had some difficult customers today? One in particular calling himself the Stone Lord, perhaps. The who? The what? All right, fine. The Head Banker may have just taken a customer by that name down to the vaults. Rather large, rather heavily armed, which is against regulations. But I'm sure the Head Banker knows what he is doing. I assure you, he does not. You are right to be nervous. But let us pass, and all will be well. Well, who is this Stone Lord to you? Well... 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 And a banquet in... Not saying that good. ein lord in truth forgive me he did not seem the type or i mean to say he was most down to earth earthy a bug describes him yes it's most unusual but that explains why the head banker is dispensed with normal procedure i suppose i can let you pass then very well show the guards this temporary vault pass and should my superior ask keep my name out of it okay account holders only from here vault pass right descend and no upon entering the vault you forego the protection of city and church law alike which is to say keep to your own vault and you'll be fine okay uh-huh 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 my name is Hunley just need to see your vault pass please jaja hier was erwartet mich unten no idea our posters out here besides his chosen swords ed banker glitterbeard doesn't like us asking what goes on below uh-huh uh-huh for security i expect oh you're better what's in order blessed day to you what's that allah alles voll mit fallen hier es ging alles einfacher als erwartet please refrain from entering until a staff member has opened the way for you uh-huh wonder what's past this okay hmm oh Oscar for current door codes please refer to the head banker's office highest security clearance only ja das unterste stockwerk des kontos wird durch eine große schatzkammertür gesichert wir müssen ein kennwort eingeben um sie zu öffnen aha ja ja ä ja Okay. Ja, jetzt? Nö. Nö. Oh nö! Nö! Das ist falsch. Es sieht aber... Auch falsch, gut. Auch falsch. 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 Gibt es denn da irgendwie... Falsch. 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 Nichts mehr zu schmerzen. wird gespeichert ok es 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 Nein, Fingern hat dies eine spezielle Sache gemacht. Hallo, Malfel. Wir werden es schlafen. Aber die Geschichten... Geschichten... ...Talltales und großen Namen, lad. Keine Ahnung. Elminster, der Archmage. Drist, der Drow Exile. Die Schmerzen haben die Macht. Aber nicht halb so viel wie wir machen. Eine Knie, in der richtigen Beine. Eine Worte, in der richtigen Beine. Es ist nicht die Gläufe, die diese Planen spinnt. Es ist Gold. Siehst du? Jetzt. Moridon's cracked play. Moridon's cracked play. Das ist Gold. 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 Minskate mehr als Beasts mit schlechtem Gehirn. Das ist Gold. Das ist Gold. Das ist Gold. Der sind Menschen mit der Wahrheit. Und Turnips. Aber Du bist kein Turnip! Es ist Gold. Es ist ein Gehlaut. In Ihre finalen Augen. Ha! Meet Minsk! He still seems very much himself to me. You! Stone Lord! Ha! Better to call yourself Stone Head! Your false face does not fool my eyes. I will cut until you look like the monster you truly are! Somehow you are making even less sense than usual. Perhaps I can explain. Who is this? The Stone Lord sees through your lies, shapeshifter. Count yourself lucky he cannot stay. Ninefinger set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold. And the Absolute has need of it elsewhere. As you say, Jahira. Sklarning shape changers! Enough! Let us deal with these cultists. Then find out where they are nested. They are probably on our side. Is that right? Well, at any point, they are not. Yes! Ach, shit! Unbeugsam hat der drauf. Ich wusste, da ist noch was Unsichtbares. Schnittertes Ball. Drecksack. Unsichtbar, du Wichser. Was ist das? Irgendwie... Haben die keinen Bock auf den Zwerg. Richtig dumm von dir. 5? Are they all you seeing? 1. 2? 9. 1. 5. 10. Blitze wären gut. Blitze wären echt gut. Telekinese. Telekinese. Ist sie weg? Ist sie weg? Jahira, du brauchst... direkt mal... ein Drink, wa? Gott. Let's finish this! So, Schatz, äh, sehr schön. Ich bin, äh, ich bin schwer, schwer, schwer begeistert. Oh, das gibt's harten Schaden, ja. Ist nicht gut. Wo gehen wir denn dann? Kannst du noch hier deine, deine, ne, kannst du nicht mehr, schade. Ich weiß, ob die Gäste sind, ja. Fehlschlag. Mit deiner Hammer. So, Asterion, ähm. Ach, schade, Asterion, wirklich. Wer hat dich denn gesehen? Oh, Wichser. Alter, Junge. Ich bin, äh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Das war's für heute. 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 Ah, guck mal, du hast ja hier den fiesen. Stimmt. Das war's für heute. Aber weglaufen kannst du nicht. Das ist schon mal gut. Schon mal gut. Brauchst du Heilung? Nein, brauchst du nicht. Gut, 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 gut. Kaputt. Asteria. Kannst du die Sau abstechen? Kannst du nicht, das ist schade. Aber knabbern kannst du die Sau. Das war's für heute. Mal immer schon mal ausprobieren. Ey, das ist eine miese Ratte, du. Er macht sich unsichtbar. Das war's für heute. Gut, gut. Gut, gut, gut. Nicht noch nicht mehr. Huh? Auf Wiedersehen. Ach man, das Tereo, ey. Gibt noch mal Gegenangriffe, das ist mies. Aus dem Gleichgewicht und jetzt kannst du, sauber. Bam, mieser Wichser, du. Mhm. Bring me into battle. Nichts wird in meinem Weg stehen. Du musst einen Weg finden. Ich mach es. Ich mach es einfach nicht. Ich mach es einfach nicht. Das ist doch irgendwie, ne, Aseran? Ach Gott. Das wär's. Warum? Können wir nicht nochmal drüber reden? Wer sind denn die Leute? Ja, äh... Achso, ich hab mir noch einen übersehen gehabt. Ja, gut. Das war ja jetzt blöd, ne? Ich denke, du kannst mich in Gasform gar nicht angreifen. Achso. Ich hab' den Marko Mahler auf dich. Ich bin bereit. Ja, du gehst, du gehst hier und, äh... Ja, du gehst, du gehst hier und, äh... ... haust da drauf. Ich bin bereit. Ich bin ein totes Mann. Gut. Auf geht's dann! Ich weiß nicht, wie das hier ist mit deiner, mit deiner Kreise, ne? Ist das, äh... Was hast du gemacht? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Müssen wir mit den Leuten sprechen oder... Was ist hier Phase? Was ist hier Phase? Wir haben gesehen, wie Minsk die Schatzkammer unter dem Konter ausgeraubt hat. Dabei wurde er von einem Doppelgänger angeführt, der Jahiras Gesicht trug. Minsk ist neunfingers Falle entkommen und hat sich fort teleportiert. Wir sollten in der Schatzkammer nach Hinweisen suchen, um... Wo er nun sein könnte. Ja, das finde ich gut. In der Schatzkammer nach Hinweisen suchen. Guck mal hier. Gibt's Hinweise. Der Brief wurde eilig niedergekretzelt. Letzte Fässerlieferung nicht eingetroffen. Keine Nachricht von Kairos. Gehe vom Schlimmsten aus. Kann nicht länger warten. Der Plan muss umgesetzt werden. Nutzt, was ihr habt. Komplikationen werden später geklärt. Okay. So. Hinweise, Hinweise, Hinweise. Hast du auch Hinweise? Du hast Hinweise. Ohne Ende hast du Hinweise. Steinfürst Trupp. Neuigkeiten zum Einsatz im Kontor. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass wir mit einem Hinterhalt rechnen müssen, sobald wir die Schatzkammer erreichen. Doch, wie üblich, unterschätzt die Gilde uns. Wenn wir uns nur ausreichend gut koordinieren, sollten wir den Hinterhalt ohne Verluste abschütteln können. Der Steinfürst übernimmt das Kommando. Wenn ihr die Bankwächter rasch genug ausschaltet, könnte noch Zeit bleiben, um weitere Abhebungen vorzunehmen, ehe wir uns zurückziehen. Bringt alles zur Zisterne in der Kanalisation. Alles klar. Wir waren auch schon mal da in der Zisterne. Er hat auch noch Hinweise. Leckt mich an den Arsch, was das hier an Hinweise gibt. Gibt's denn hier auch Gold? Hinweise. Wollen wir mal reingucken? Aha. Federkirr. Ist jetzt nicht so das Spannendste, ne? Ach, guck an. Er ist gesprächsbereit. Ich wollte das Platz selbst. Aber nicht mit mehr. Wits und Blades. Ja, 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 ja. Quatsch mal hier, ne Runde. Komm, was geht, wir beginnen mit was? Der Korps schreibt dich nicht. Wir lieb. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht nicht. Ich hab ihn wie vor. Sie, wie der Kult-Wertschuss. schulden für tote ok was will der kult von mensch ja ok da müssen wir noch mal drüber reden aber nehme ich erst mal so hin wo finde ich den steinfürsten blöde frage werden schon was meint ihr mit unten er wäre natürlich blöd wenn wir nehmen wir und das nehmen wir natürlich auch weil es hier mit der truhe hat nix kamerad schnürschuh die person die gerade euer leben gerettet hat etwas dankbarkeit wäre angebracht gratitude of the gold variety i suppose you mean good luck with that the stone lord just cleared our vaults and now he has enough gold to make himself a lord in truth hey 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 and he wouldn't even know what to spend it on it's the cult that needs that money why you think anyone told me nine fingers sent word the stone lord was going to try his luck on our vaults so she told me to cooperate lure him in yes sir stone lord sir shall we open the account in your name or the absolutes just step this way to your special deposit box don't mind the teeth no one mentioned he might have some old crone dropping in as backup yeah look i just mean to say we both want him caught if you've got your sights set on the stone lord sir shall we open the account in your name or the absolute just step this way to your special deposit box don't mind the teeth not for us you understand for the common baldurian who knows what he's planning to do with it ah wie viel wurde denn gestorren all of it every penny of civilian lodgings anyway okay sagen wir ich finde das geld nee ich will das gar nicht ich komme hier ich will nur menschen das geld spielt für mich keine rolle das stimmt was ne coole ich meine dass das 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 plattenrätsel da vor vor der trezorte das war das war irgendwie nervig ne das war irgendwie nervig ich würde ja sagen ich hätte schön gefunden wenn ich irgendwo ein hinweis darauf gesehen hätte habe ich aber nicht aber ich bin mir sicher dass ich ein übersehen habe kann ich mir nicht vorstellen dass das da an der stelle wisst ihr das ist so eine so eine so eine standard methode um leute auszubremsen und das gibt es mal im spiel ja eigentlich gar nicht das ist es ist es ist es ist ein geschenk der videospiel gotter ganz ehrlich es ist ein geschenk wundervolles 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 spiel so und damit bedanke ich mich fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen und ich wünsche euch was синons über 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 Vielen Dank.